Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comike. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich von meinem alten NAS einen QNAP 421 meine Festplatten einfach in das neue NAS einen QNAP 664 übernehmen kann. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Gleich geht's los. Mein altes NAS, der QNAP 421, dient mir schon seit vielen Jahren als zuverlässiger Speicher hier im Haushalt. Er dient mir als Medien-Server. Er dient mir zur Abwicklung vieler Hintergrundprozesse in meinem Haus. Die Festplatten haben eine Kapazität von 4 TB. Davon habe ich 4 Stück im RAID 5 Verbund in das Gerät eingebaut. Der Speicherplatz ist aber nahezu ausgeschöpft. Ich könnte die Festplatten einfach gegen größere Modelle austauschen. Allerdings muss ich sagen, ist das Gerät etwas in die Jahre gekommen. Der Arbeitsspeicher in diesem Gerät ist nicht erweiterbar und auch die CPU-Leistung ist relativ schwach für die heutige Zeit. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, mir ein neues Gerät anzuschaffen. Diesen QNAP 664, der eine deutlich höhere Leistung hat und zusätzlich bis zu sechs Festplatten aufnehmen kann. Ich werde heute die Festplatten mit den Daten darauf direkt in das neue QNAP übernehmen. Wenn das alles funktioniert hat, werde ich das Ganze mit einer zusätzlichen Festplatte, in dem Fall einer 18 TB Festplatte, erweitern und den Arbeitsspeicher dieses neuen QNAP ebenfalls erweitern. Der ist festgelegt auf eine Größe von maximal 16 GB ab Werk. 4 GB sind bereits verbaut. Ich habe jedoch vor, das Ganze auf 32 GB zu erhöhen und bin gespannt, ob ich das so hinbekomme. Doch bevor ich anfange, möchte ich euch zunächst zeigen, was an Vorbereitung notwendig ist, um die Festplatten eins zu eins in das neue NAS zu übernehmen. Da die NAS-Systeme nicht alle miteinander kompatibel sind, bietet QNAP eine eigene Webseite an, auf der man das Ganze testen kann. Den Link setze ich euch zusätzlich noch einmal unter das Video in die Beschreibung. Auf dieser Webseite erfasse ich zunächst das Betriebssystem, welches beide NAS-Systeme haben müssen. In meinem Fall ist es das QTS. Wenn ihr euch nicht sicher seid, müsst ihr im alten NAS schauen, was auf der Webseite angezeigt wird. Das ursprungs-NAS ist in meinem Fall mit vier Laufwerken ausgestattet und die Modellnummer lautet 421. Das Ziel-NAS hat sechs Laufwerke und die Modellnummer lautet TS664. Ihr seht, das System hat mir bereits einen grünen Haken ausgegeben. Ich kann also von meinem alten TS421 auf das TS664 migrieren und meine Festplatte mitnehmen. Im zweiten Schritt müssen auf dem alten NAS einige Einstellungen überprüft werden und gegebenenfalls auch angepasst werden. Hierzu meldet ihr euch auf der Web-Oberfläche des NAS an und wechselt auf die Kachel Systemsteuerung. In der Systemsteuerung sollte zunächst die Firmware überprüft werden und sofern diese nicht aktuell ist, auf den aktuellen Stand gebracht werden. Solltet ihr einen Cache nutzen, zum Beispiel über SSD-Platten, ist dieser in den entsprechenden Einstellungen unbedingt zu deaktivieren. In meinem Fall ist diese Funktion nicht vorhanden, da meine alte NAS dieses nicht unterstützt. Im Anwendungsmanager sollte ebenfalls die bereits gekauften oder abonnierten Apps abgemeldet werden. Die Apps sind am Gerät festgemacht und können nicht direkt übernommen werden. Sie müssen zunächst abgemeldet werden und am neuen Gerät wieder angemeldet werden. Auch das ist bei mir nicht verfügbar, da ich keine Apps auf diesem Server laufen lasse. Der vierte Punkt ist die Sicherung der Einstellung von Benutzerkonten, Servernamen und Netzwerkkonfiguration. Grundsätzlich übernimmt das neue System die Einstellungen des alten, aber um auf Nummer sicher zu gehen, klicke ich auf Sicherung und habe in Kürze eine Bindatei erstellt. Das waren bereits alle Vorbereitungen, die notwendig sind. Nun können die Festplatten aus dem alten NAS direkt in das neue NAS eingebaut werden. Die alten Festplatten können nun direkt aus dem NAS ausgebaut werden. Wichtig ist es die Reihenfolge in welcher die Festplatten im alten NAS eingebaut waren auf jeden Fall beizubehalten. Aus diesem Grunde werde ich mir eine Markierung auf der Festplatte anbringen, damit ich diese nicht verwechseln. Nachdem ich die Festplatten in den neuen Käfigen eingelegt und verschraubt hatte, konnte ich diese in der richtigen Reihenfolge im neuen NAS einfach einschieben. Bevor ich den NAS nun starte, installiere ich mir zunächst den CueFinder Pro. Das Programm ist auf der Webseite von QNAP zu finden. Im Bereich Support Desktop Dienstprogramme ist der CueFinder Pro für verschiedene Betriebssysteme verfügbar. Ich habe mir das Programm bereits installiert und ihr seht, der CueFinder scannt das Netzwerk automatisch nach einem QNAP NAS. In meinem Fall hat er aber nichts gefunden. Ich werde nun den CueFinder starten. Mit Abschluss des Bootvorgangs hat das System automatisch die QNAP im Netzwerk gefunden und diese hier im CueFinder aktualisiert. Im Status wird mir angezeigt, dass die Migration erfolgreich abgeschlossen wurde. Gleichfalls wird mir empfohlen, die Firmware zu aktualisieren. Dies kann ich direkt über diesen Knopf machen. Hierzu gebe ich meine Benutzerdaten ein und zwar die vom alten NAS. Das System bietet mir an, die Firmware automatisch auf die neueste Version zu aktualisieren. Diese Option übernehme ich direkt auf mein NAS und zwar das neue TS664. Das Update der Firmware konnte erfolgreich fertiggestellt werden. Die Meldung, dass der SMTP-Server noch nicht konfiguriert wurde, erscheint automatisch. Diese Meldung erfragt, ob der Server nun eingerichtet werden soll. Es ist wichtig, dass unbedingt Nein angegeben wird. Der Server darf an dieser Stelle nicht konfiguriert werden. Sobald der Boot-Vergang nach dem Firmware-Update abgeschlossen ist, kann mit der IP-Adresse aus dem CueFinder direkt auf die Oberfläche der NAS zugegriffen werden. Das Kennwort ist das gleiche wie bereits im alten System. Das System gibt einige Hinweise aus, die ich im Nachgang abarbeiten werde. Im Kontrollcenter werden mir meine Festplatten angezeigt und vom Volumen, vom Verbrauch im Verhältnis zur Gesamtkapazität hat sich nichts geändert. Meine Daten wurden mitgenommen. In der Filestation sind meine Ordner und die entsprechenden Dateien ebenfalls zu sehen. Auch meine verknüpften Laufwerke im Windows Ordner sind nach wie vor vorhanden. Ich kann auf alle Dateien zugreifen, ohne dass ich Einstellungen vornehmen musste. Obwohl grundsätzlich alle Funktionen verfügbar sind, werde ich mich in Ruhe mit dem neuen System auseinandersetzen. Denn die neue NAS bietet deutlich mehr Funktionen als mein altes System. Zunächst werde ich aber einige Einstellungen am System vornehmen. Unter anderem werde ich den Namen anpassen und auch die Berechtigung der Benutzer überprüfen. In der Speicherübersicht sind meine vier Festplatten zu sehen und die freien Kapazitäten, die freien Bänke für den fünften und sechsten Slot ebenfalls, als auch die SSD-Steckplätze für den Cache. Die Migration vom alten QNAP auf das neue System hat ungefähr 20 bis 30 Minuten gedauert. Das System läuft stabil, auch wenn im Hintergrund noch einige Analyseprogramme laufen. Sobald diese abgeschlossen sind, werde ich damit weitermachen und die Speicherkapazität des neuen QNAP TS664 erweitern, indem ich eine zusätzliche Festplatte einbaue und dann auch noch die sechste Festplatte sowie die SSD-Platten. Auch der Randspeicher wird erweitert, sobald das System stabil läuft, um irgendwelche Fehler auszuschließen. Wenn ihr das sehen wollt, wie ich die Festplatte zusätzlich im System integriere, wie ich den Randspeicher über die offiziell erlaubten 16 GB hier im System zum laufen bekomme, dann abonniert jetzt meinen Kanal. Klickt unten rechts auf den Abo-Knopf und vergesst nicht, wenn euch das Ganze was gebracht hat und gefallen hat, mir den Daumen nach oben zu geben. Ich freue mich schon auf das nächste Video und hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin, macht's gut, ciao!